Und mit diesem ängstlichen Jaulen des Zombies heißt es wieder herzlich willkommen zurück zu Minecraft, dem Spiel, bei dem alles aus Blöcken besteht, wo die Hälfte der Leute sagt, mein Dreiviertel der Leute ist halt Hobbylos. Ah, perfekt, da ist Flint. Wo sogar meine Mutter sagt, ob ich kein Leben hätte. Und ich sollte ein bisschen lauter reden, damit ihr mich auch versteht. Weil ihr kennt ja das Problem mit meinem Mikrofon. So, bei Depp, also jetzt eigentlich Kasuta, keine Ahnung, gibt es gerade noch ein bisschen Problem mit seinem Account irgendwie, weil der irgendwie nicht funktioniert oder was weiß ich. Ah, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ah, ah, ne Höhle. Haha, scheiße. Okay, ähm. Oh, jung. Fuck, man. Krass. Ah, leg mich fett. Okay, gut, alles wunderbar. Ich habe mich wieder gefangen. So, bei ihm gibt es gerade noch ein kleines Problem mit seinem Account, weil der irgendwie nicht funktioniert, vom Passwort her oder was weiß ich. Aber, ups, jetzt ist es auch noch mal, ja super, toll, danke. Und jetzt funktioniert es nicht, weil er muss sich erst darum kümmern. Jetzt wollt ihr ursprünglich mit meinem Account aufnehmen. Also, dass er schon mal Folgen hat vom Singleplayer, aber dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und er überlegt sich jetzt auch, ob er nur 10 Minuten Folgen macht, dafür die bessere Quali. Wir müssen mal schauen, wie wir das regeln. Man weiß ja nicht so, ja, mal schauen, wie wir das machen. Bei 10 Minuten Folgenfilmen ist mein Name so ein bisschen kurz, weil da muss man dann ganz viele hochladen, bis man das immer alles exportiert hat. Und das braucht ja schon länger, das Exportieren bei höherer Quali, also bei unserem Programm vor allem. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, jetzt würd ich sagen. Und zwar, ah ja, genau, nein, halt, wir brauchen das so. Ah, halt, nein, ich muss da rein. So, ähm. Zack, zack. So. Äh, blub, blub. Blubi, blub. Blubi, blub, 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 blub. So. 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 So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so. Okay, entschuldigung, ich weiß. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo wir das machen. Und zwar würde ich vorschlagen, wir holen uns als erstes bisschen Erde. Und da drüben mal... Oh, dieser Regen, ey! So, und jetzt reicht's mir. Ach, halt! Ich hab' ja gar keinen. Ha! Hallo? Ich verarschen. Ah! Zieh' an. Wozu tun wir die Haltungsstraße? Kann man's eigentlich auch ausschalten? Ich glaub mit R, oder? Du musst nicht mal... Na, egal. Nicht, dass ihr da immer denkt, ich würde da irgendwelche Sachen machen und so. Man weiß ja nicht, gell? Meine Community ist ja sehr aufmerksam. Also die Community, die ja eigentlich gar nicht vorhanden ist. So, also, ähm, um meinen Plan euch ein bisschen vorzustellen. Ich werd' hier jetzt bisschen Erde holen, weil hier kommt nachher eh mal unser Haus hin. Das heißt, das müssen wir nachher eh irgendwann mal abwärmen. Ich hab' euch ja schon meinen Plan erzählt, wie ich hier ein Haus hin machen will und so weiter. Ähm, hier in dieses Eck rein, da. Muss ich mal schauen, wie das funktioniert, wie wir das mal machen. Ähm, und werd' denn hier da bei dem Wasser direkt ne Farm aufmachen. Dass ich nicht gleich Wassereimer schleppen muss. Ähm, damit wir uns die Schweine holen können und eine riesen Schweinefarm aufmachen können, dass wir zu essen haben. Das klingt jetzt lächerlich, aber man braucht halt Essen, ne? In Minecraft, wie im wahren Leben. Ja, geht's runter. Wie im wahren Leben. So. Deswegen hab' ich mir jetzt hier mal ein Stackchen Erde geholt. Und ich denk', wir holen uns hier den Sand mal weg. Zack, zack. So. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das nämlich so. Hier machen wir zu. Und dann machen wir das so. Hier machen wir so. Und dann nämlich so. Dann können wir diesen See hier damit nämlich auch perfekt ausnutzen. Hier kommt das See wieder weg. Da braucht niemand momentan. Da haben wir noch einen, haben wir natürlich nicht mehr. Na egal. Äh, so. Hier müssen wir das wegmachen nur. Dass wir dann vielleicht doch noch Wasser einholen müssen. Mal schauen. So. Und eigentlich kann man das sogar drei breit machen. Weil hier von beiden Seiten Wasser kommt. Wow. Wow. Fuck. Was war denn das? War das ein Creeper? Das war doch kein Creeper. Wieso war da denn eine plötzliche Explosion hier? Hier hat's auch nichts weggespringt. Was war denn das komisches? Ich glaub' ich da farschen. So. Dann machen wir nämlich hier das hier weg. Zack. Das hier rein. Und dann würde ich sagen, wir haben wir schlafen in unserem neuen Bettchen. Ja. 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 Guten Morgen. So. Ähm. Also da brauchen wir dann noch Wasser einmal. So hier. Dann fließt es nämlich hier. Perfekt. Und dann machen wir hier weiter. Und zwar so. Und hier lassen wir aber... Oder warte, wie machen wir denn das? Hier machen wir zu. Hier kommt nachher noch Wasser hin. Hier müssen wir offen lassen. Würde ich sagen. So. So. Und dann können wir hier anpflanzen. Oder hier im Artikel. Aha. Dann machen wir das so, dass wir hier anpflanzen. Und dann lassen wir hier wieder ein bisschen Platz. Und dann pflanzen wir hier an. Das gibt mir die Erde auch noch aus. So. Und dann machen wir hier nämlich das ganz... Ach, ich hab nicht mal meine Schaufel. Muss mir jetzt mal ein bisschen. Schaufel machen. Wir haben doch jetzt sogar Eisen hier. Da kann man doch was draus machen. So. Zack. Perfekt. Eine Eisenschaufel. Da kann man hier... Können wir uns hier schön Erde holen. Frage ist nur von wo, weil ich möchte ja nicht immer so viel abtragen. Na egal. So. Dann bekommen wir gut Erde. Dann wird das hier halt unsere Erde abtragen, das Ding. Muss mal schauen, wie wir das nachher machen mit unserem Haus, der dann steht. Na egal. Hier bekommen wir auf jeden Fall gut Erde her. Da holen wir uns jetzt nochmal ein Stack. Oder auch ein bisschen mehr. Dank-dum. Ne, dann schön, trinken gerne. Oh man, mir geht die Werbung voll im Kopf rum. Die ist übelst ja oben. Ich glaube, die machen das extra hier. Das ist echt richtig nervig, diese Werbung. Da ist es hier in diesem Ding. Oh Leute, ich muss nachher noch zum Zaun ausziehen. Ich muss jetzt dann demnächst los. So Grundkontrolle oder wie das Zeug heißt. Und Zahnreinigung mal wieder. Also so professionelle. Und die Zahnbürste. Ahhhh. Also ich habe ja... Nicht so, dass ich jetzt Schiss hätte vor Zahnärzten oder sowas. Aber... Trotzdem, jedes Mal denke ich... Ah Leute, es muss doch nicht sein, oder? Oder ja, es muss schon sein. Das ist das Problem. Das ist der Witz dran. Es muss sein. Aber trotzdem, hey, also... Gerade habe ich nicht Angst davor, aber... Trotzdem denke ich immer... Ja, toll. Danke. Dafür, dass ich meinen Tag damit verbringen durfte, beim Zahnarzt zu sitzen, drauf zu warten, dass er endlich in mein Zimmer reinkommt, die heißen Schwestern da auch nicht rumtanzeln und mir irgendwelche Sachen in die Gosch stecken, dass ich nicht schreie oder sowas. Ja. Ach, so ist das Leben, ne? Was will man machen? So, das machen wir hier drei Breitwille. So. Und das hier machen wir auch wieder drei. So. Zack, 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 zack. Ich weiß, ich mache die Form gerade viel zu groß. Viel Zahn habe ich im Leben nicht mal. Aber das ist jetzt egal. Hier machen wir zu. Ups. Dann brauchen wir eh einen Eimer. So, so, so. Und so. Perfekt. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir uns einen Eimer machen. Wie viele Samen haben wir überhaupt? Fünf Stück. Das reicht ja zehnmal hier. So, warte, was wollte ich machen? Ach, ja, ein Eimer. Wir müssen dringend wieder uns Eisen holen gehen. Ich meine, wir hätten total viel geholt gehabt. Aber irgendwie scheint es doch nicht so. So. Jetzt machen wir uns das mal, ah, hier weg. Perfekt. Und das kommt jetzt mal hier hin. Wollen wir uns hier nochmal, und das kommt hier hin. Wollen wir hier nochmal, und hier hin, wollen wir uns hier nochmal, ja super. Und hier hin. Was ist das jetzt für ein Kack? So, perfekt. Zack. Und wir holen uns hier nochmal. Jawohl. Hier hinten. So wunderbar. Sonst noch wo? Ja, da hinten. Zack. Perfekt. Wir holen uns hier noch das hier raus. Jetzt sieht das Ganze doch schon ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir nur den Zaun platzieren. Und zwar machen wir das. So. So, vielleicht. Dann tragen wir das hier mal ab bisschen. So, so. Ne, dass hier keine Zombies reinhüpfen und dann muss das Beet tottrampeln. Weil das ist nämlich ziemlich nervig. So, weg hier. So, gibt uns jetzt auch endlich mal ein bisschen Erde. Also ein bisschen viel Erde meine ich damit. So, hier benutzen wir jetzt unseren genialen Timber-Mod. Das ist so genial. Okay. Ähm. Zack, zack. Ähm. Zack, 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 zack. Ups. So. Und dann. Zack, zack. Ach komm, ich mach hier zu. Machen wir hier das hier weg. So. Wird abgetragen. So. So vielleicht. Zack. So mal. So. Und dann muss hier aber weg. Ah, da hab ich grad gar... Ich hab auch nicht mal eine Spitzhacke, ey. Na. Puh. So, hier machen wir zu. Und dann platzieren wir da einen Zaun noch. Ein Zäunchen. Dann machen wir hier weg. So. Dann müssen wir nachher noch wegmachen mit der Spitzhacke. Und hier platzieren wir auch noch drei rechts. Also komm. Hier noch Zaun. So. Eins, zwei. Ah, da machen wir nur zwei. Zack. So, das ist hier gar noch weg. Das mal. So. Klack. So mal. Zack. Und dann gehen wir hier rüber. Hier müssen wir Erde platzieren. Dann können wir auch hier direkt ein Tor zu unserer Höhle reinmachen. Da lassen wir mal eins frei. So. Sodelchen. Und dann nehmen wir hier. Und jetzt haben wir keine Zäune mehr. Ah. Zack. Zack. So. Hups. Geht er weg. Klack. So mal. Zack. 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 Perfekt. 18 Stück nochmal. Gehen wir hier rüber. Zack. 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 Perfekt. So. Da haben wir... Wow. Haben wir jetzt ein ziemlich großes Feld. Das ist eigentlich mal ziemlich gut. Hier ist ein bisschen viel. Aber ich denke, hier werde ich auch nichts anpflanzen. So. Jetzt brauchen wir eine Hacke. Oder Hauke. Oder wie auch immer man das nennen mag. Tun wir hier mal unser ganzes Zeug wieder hier rein. Dann wird direkt Bodenmehl. Das können wir gleich machen. Das ist schon mal gut. Dann hole ich mir noch drei solche hier. Und das hier. So. Also. Als allererstes brauchen wir vier Sticks. So. Ach halt. Da brauchen wir noch mehr Eisen. So. Also die Sticks. Zack. 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 Eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Halt. So. Zack. Dann das hier nehmen wir auch die zwei jetzt hin. Das Eisen packen wir da wieder rein. Jetzt haben wir nur noch ein Eisen. Das ist ja großartig. Aber warum habe ich auch eine Eisenhacke? Ich bin doch doof. Ich wollte doch eine Stein machen. Ich wollte eine... Ich wollte... Och. Kommt schon. Fickt euch doch alle mal. Mann. Ich bin doch dämlich. So. Zwei Zaungatter. Ich wollte doch eigentlich auch... Oh. Oh. Kacke. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an.